Hallo zum neuen Video. Heute geht es um einen Ratschenschlüssel-Satz. Dieser kommt von Workzone, gibt es also bei Aldi. Und wenn dich das Thema interessiert, dann darfst du jetzt nicht abschalten. Für den Preis von etwa 14 Euro bekommt ihr diesen Ratschenschlüssel-Satz, der auf einer Seite hier einen ganz normalen Gabelschlüssel darstellt, auf der anderen Seite einen Ringschlüssel mit integrierter Ratschenfunktion. Gucken wir uns gleich alles ganz genau an. Ich sage euch erstmal, welche Größen hier enthalten sind. Das sind nämlich die Größen 8, 10, 13, 15 und 17. Jeweils auf einer Seite dann vorhanden. Wenn wir zum Beispiel diesen Schlüssel hier nehmen, den größeren Schlüssel, dann haben wir hier oben auf der Maulschlüsselseite die Größe 17 und natürlich hier auf der Ringschlüsselseite auch die Größe 17. Was ist da so toll dran an diesem Ringschlüssel-Satz? Zum einen haben wir halt hier die gängigsten Größen natürlich vorhanden. Wenn ihr jetzt euch eine Werkstatt aufbaut oder so, ist das gleich genau das Richtige für euch. Toll ist halt auch, dass das Ganze hier auf so einem Träger kommt. Den Träger könnt ihr theoretisch auch an die Wand schrauben. Könnt ihr hier einfach zwei Schrauben durchziehen und dann könnt ihr das Ganze dann auch so an die Wand bringen. Oder ihr könnt das Ganze natürlich dann so auch in der Werkzeugkiste verstauen, ohne dass das dann durcheinander wirbelt und dass die Schlüssel dann vielleicht auch Schaden nehmen. Ich mache den jetzt mal auf und wir gucken uns die Schlüssel hier mal im Einzelnen an. Nehmen wir mal gleich hier den größten Schlüssel. Wie gesagt, das ist ein 17er. Ihr seht, der ist auf Hochglanz poliert. Da steht auch nochmal Workzone drauf. An der einen Seite steht hier 17 drauf, an der anderen Seite logischerweise auch 17. Meines Erachtens könnte das alles noch so ein bisschen besser gemacht sein. Das ist ein bisschen stärker aufgedruckt. Das wird hier wahrscheinlich gelasert sein. So sieht mir das hier aus. Ist auch ein ganz kleines bisschen schief gelasert. Das spricht also nicht für wirklich hochwertige Qualität. Das sollte man auf jeden Fall ordentlicher machen, damit das Ganze dann auch so ein bisschen besser ins Auge sticht. Ihr seht schon, wer das Ganze hier produziert. AIE Gmb habe ich so selbst noch gar nicht gehört. Aber wenn jetzt irgendwas damit sein sollte, wenn euch jemand Schlüssel abreißt oder sonst irgendwas, dann habt ihr natürlich da auch Garantie drauf. Und ich denke, die Leute helfen euch dann da auch weiter. Aldi wird euch dann natürlich auch weiterhelfen. Wir müssen natürlich den Kassenbon aufheben. Ihr könnt euch ja mal schnell durchrechnen. Wir haben hier fünf Schlüssel. Das Ganze kostet etwa 14 Euro, wie schon gesagt. Gibt es natürlich nur in der Filiale. Wenn ich darüber was im Internet finde, verlinke ich euch das natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke euch auch nochmal ein sehr, sehr hochwertiges Set. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Kommt jetzt nicht von Aldi, aber vielleicht findet ihr das auch interessant. Dann könnt ihr da auch nochmal reinschauen. Ich verlinke natürlich auch immer noch Alternativen dazu, wenn es das hier nicht mehr geben sollte. Wie gesagt, Aldi hat keinen Online-Shop selbst, wo sowas drüber verschickt werden würde. Wenn ihr dann in der Filiale also nicht mehr fündig werdet, dann könntet ihr vielleicht auf sowas dann auch zurückgreifen. Ansonsten, die Schlüssel liegen hier schon sehr, sehr wertig sonst in der Hand. Das heißt, wir haben hier keine Grate oder ähnliches. Das ist sauber hier alles entgratet worden. Hat auch ein bisschen Gewicht. Also das sind jetzt keine besonders leichten Schlüssel. Ich weiß jetzt nicht, ob da draufsteht, aus was die hergestellt sind. Ich denke, das wird eine Chrom-Vanadium-Legierung sein. Wir können ja mal drauf gucken. Hierher kommt das Ort China. Spricht hier gleich ins Auge. Feinverzahnung. Ratschenköpfe 180 Grad drehbar. Verchromter Ratschenschlüssel steht hier drauf. Polierter, verchromter Ratschenschlüssel. Was jetzt da natürlich als Hauptbestandteil drin ist, kann ich so nicht sagen. Steht also so nicht drauf. Ansonsten der Schlüssel ist jetzt einfach verchromt. Schauen wir uns hier mal das Maul an, wie das hier gefertigt ist. Das sieht also auch sehr hochwertig aus. Ihr seht, ein paar Kratzer hat das Ganze hier schon bekommen. Das lässt sich natürlich bei einem Hochglanz-Schlüssel nicht vermeiden, dass da schnell Kratzer reinkommen. Irgendwann wird das natürlich unansehnlich. Wenn euch lieber die Matten sind, dann kauft ihr einfach ein Set, was matt ist. Das würde mich mal interessieren, was ihr da bevorzugt. Ob euch das völlig egal ist, wie die Schlüssel dann letztendlich aussehen. Oder ob ihr sagt, nee, ich brauche das hier vorne dann noch schwarz abgesetzt mit Grafit oder was. Oder nee, ich nehme dann lieber die Matten. Oder ich nehme halt lieber diese Hochglanz-Schlüssel. Das würde mich wirklich mal interessieren, ob ihr da einen Unterschied macht oder auch nicht. Ansonsten, wie gesagt, Schlüssel liegt sehr gut in der Hand. Gucken wir uns hier mal die andere Seite an. Die finde ich noch viel wichtiger. Hier haben wir einmal so ein Kippgelenk mit drin, womit ich den Schlüssel dann noch um 180 Grad, wie gesagt, abkippen kann. Das ist natürlich super, wenn ich jetzt hier eine Schraube habe, an die ich schlecht rankomme. Das ist natürlich ein schlechtes Beispiel, wenn ich das jetzt hier ganz nach oben stelle. Ansonsten, wenn ich das hier so ein bisschen abwinkele, dann kann ich das natürlich hier dann viel einfacher bewerkstelligen, als wenn das Teil jetzt hier flach zum Beispiel auf dem Tisch aufliegt. Dann kennt ihr das, wenn ihr dann eine Schraube lösen wollt. Dann schreibt ihr natürlich einmal über eure Oberfläche. Das will man natürlich nicht immer. Und zum anderen hat man auch gar keinen Haltepunkt. Das heißt, ich bewege das Ganze hier dann mit zwei Fingern. Und wenn ich das dann natürlich hier so ein bisschen ankanten kann, dann kann ich den Schlüssel auch hier festgreifen. Und dann kann ich natürlich viel mehr Kraft ausüben, als wenn ich den dann, wie gesagt, hier flach auf dem Tisch liegen habe. Ansonsten auch prima, dass hier ein offener Schlüssel an der Seite auch verbaut ist. Wenn ich mal irgendwie ein Gerät ein bisschen höher bringen möchte, wenn es immer so eine Drehfüße unter, dann muss ich natürlich auch eingreifen können. Ansonsten muss ich das ganze Gerät dann hochheben und dann diesen Ringschlüssel hier vielleicht einführen. Das funktioniert in der Regel nicht. Also muss ich natürlich auch einen offenen Maulschlüssel haben. Und dann kommen diese Kombischlüssel natürlich dann gerade recht. Nochmal auf dieses Gelenk zurück. Ihr seht, wie einfach ich das hier bewegen kann. Es bleibt allerdings trotzdem in der Position. Natürlich, wenn ich hier auf dem Tisch aufschlage, dann bewegt sich das natürlich von selbst. Man kann das Ganze auch nachziehen, wie ich sehe. Hier ist so eine kleine Inbus-Mahnschraube drin. Wenn wir die dann natürlich noch anziehen, dann wird das wahrscheinlich wieder strammer. Oder wenn uns das zu stramm ist, dann können wir es vielleicht auch in die andere Richtung etwas lockern. Schauen wir uns mal hier das Innenleben an. Ihr seht, das ist hier tatsächlich nochmal so ein bisschen mit Grafit, würde ich sagen, abgesetzt. Steht natürlich so nicht drauf, aber sieht für mich so aus. Ich denke nicht, dass das einfach nur eingefärbt ist. Und ihr seht auch, diese Backen da, diese Greifbacken, die sind nicht wirklich sternförmig. Das heißt, nicht zackenförmig angeordnet, sondern die sind so ein bisschen abgerundet. Das ist natürlich schön, dass wir dann die Flanken der Schraube oder der Sechskantschraube, die man damit meistens natürlich dreht, dann auf der Flanke selbst bewegen können und nicht mit den Ecken drehen. Das heißt, ich packe da mal eine Schraube rein. So, ich zeige euch das hier mal an so einer Sechskantschraube. Dann seht ihr, was ich meine. Hier wird dann die Schraube, ihr seht das jetzt, wenn ihr oben links guckt, so etwa auf 10 Uhr, da wird die Schraube dann nicht mit der Ecke gedreht und dann eventuell rund gedreht, sondern diese kleine Seite hier, also diese Welle, greift dann auf die Flanke der Schraube ein und bewegt sie dann. Natürlich passiert das dann jetzt auf dieser Seite hier. Wenn ihr da guckt, man dreht ja dann in die Richtung in der Regel. Können wir gleich die Ratsche hier mal ausprobieren. Das heißt, die Schraube wird an den Flanken gegriffen und die Kraft konzentriert sich dann auf die Flanken und nicht auf die Ecken. Das heißt, diese Ecken der Schrauben oder der Muttern oder was ihr damit auch immer lösen wollt oder festziehen wollt, das bleibt dann geschont. Und ihr kennt das dann, wenn ihr so einen Schlüssel, der nicht diese Technik verwendet, dann kann man auch ganz schnell mal so eine Schraube oder so einen Schraubkopf hier rund drehen und dann kann man den überhaupt nicht mehr greifen. Dann müssen wir den irgendwie ausbohren oder abflexen oder sonst irgendetwas. Aber dann kommt der mit dem Schlüssel in der Regel nicht weiter. Ihr habt das jetzt auch schon gehört. Wir haben hier eine Feinverzahnung. Die funktioniert natürlich nur in eine Richtung. Jetzt sagt er, nö, das bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt hier die Schraube nur festziehen kann. Ich möchte die ja vielleicht auch lösen. Die Lösung liegt dann natürlich klar auf der Hand. Ich drehe den Schlüssel einmal um und schon kann ich das Ganze dann in die andere Richtung bewegen. Manch einer kommt vielleicht nicht drauf, deswegen sage ich es gerne mit dazu. Ist auch nicht schlimm. Ich meine das jetzt wirklich ernst. Manch einer kommt da tatsächlich nicht drauf und das ist auch nicht schlimm, denn jeder fängt einfach mal an mit irgendwelchen Werkzeugen und muss sich dann natürlich rantasten an so etwas. 72-fach verzahnt, das ist schon wirklich sehr, sehr fein verzahnt. Es gibt natürlich noch wesentlich höher verzahntere Möglichkeiten am Markt. Die sind dann aber in der Regel teuer, aber 72 Zähne, das ist so das Mindestmaß, wo man dann sagt, ab da geht so die gehobene Mittelklasse los. Also das hat man hier gut gemacht, dass man hier nicht auf weniger Zähne setzt. Schauen wir uns nochmal eine kleine Version hier an. Die sieht dann so aus. Das ist jetzt der Achter-Schlüssel. Ihr seht, auch das ist hier drauf gelasert, würde ich sagen. Wie gesagt, wer es genau weiß, kann es ja mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten von der gleichbleibenden Qualität hier sehr gut entgratet, liegt sehr gut und sehr weich in der Hand. Man hat aber dennoch hier ein Gefühl von Wertigkeit, dadurch, dass das hier wirklich auch nicht allzu leicht designt ist. Auch hier haben wir den kleinen Kopf, den wir hier hin und her drehen können. Das heißt, im 180-Grad-Winkel das Ganze hier verstellen können. Auch hier haben wir dann eine Ratschen-Funktion logischerweise eingebaut. Das ist also bei allen Schlüsseln so. Und hier bei den kleinen hört man das irgendwie noch viel schöner. Hört mal hin. Das ist wirklich sehr fein verzahnt. Das ist auch nicht hakelig oder so. Das hört sich schon so an, wie bei der Formel 1 oder so, wo man dann so ein bisschen auf Präzision Wert legt. Also da habt ihr auf jeden Fall was, womit ihr nicht wirklich viel verkehrt machen könnt. Einzige Manko, was ich hier sehe, ist, dass Aldi wirklich hier keinen Online-Shop hat und ihr das das ganze Jahr über bestellen könnt, sondern wirklich dann in die Filiale müsst, wenn das dann hier vorhanden ist. Das habe ich jetzt bei Aldi Nord gekauft. Wie es bei Aldi Süd aussieht, weiß ich nicht, ob die da auch in den Läden liegen. Ihr könnt das ja mal reinschreiben, wenn ihr im Aldi Süd Einzugsbereich seid. Das wäre vielleicht auch für die Community ganz interessant. Ja, schreibt mir mal rein, ob ihr das Set vielleicht schon zu Hause habt und ob ihr damit zufrieden seid, was ihr damit vielleicht schon gelöst habt oder festgezogen habt oder warum ihr da Vorbehalt habt, warum ihr das vielleicht nicht kauft oder vielleicht schlechte Erfahrungen damit gesammelt habt. Das ist auch, wie gesagt, immer sehr, sehr wichtig für die Community. Wir wollen uns hier untereinander austauschen. Dann bin ich nicht der Einzige, der hier eine Meinung dazu präsentiert. Ihr wisst, meine Meinung ist immer objektiv, aber dennoch sammelt ja jeder eigene Erfahrung auch und die kann er natürlich auch gerne hier kundtun. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn es euch unterhalten hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid und sage bis dahin. Bis zum nächsten Mal.